Liebe To-Do-Nutzerinnen und liebe To-Do-Nutzer, Gerne zeige ich euch heute, wie man Vorlagen in ein To-Do-Dokument einfügen kann, so dass ihr dann auch eure Feinplanung mit diesen Vorlagen ausführen könnt. Ich habe euch verschiedene Vorlagen angelegt. Das wäre jetzt hier einmal die leere Vorlage. Dann gibt es mit Linien, kariert und dann hat es verschiedene Einteilungen, je nachdem, wie ihr das gerne haben möchtet. Dann habe ich euch Vorlagen gemacht in Quer- oder hier in Hochformat, auch wieder mit Linien und dann auch wieder diese Unterteilungen. Am besten geht es, wenn ihr diese Vorlagen importiert, so dass ihr immer wieder auf diese unterschiedlichen Formate zugreifen könnt. Und am besten macht ihr das so, ihr öffnet mal diese Vorlage-Dokument, geht dann nachher hier auf dieses Symbol und sagt, in GoodNotes öffnen. Wenn ihr jetzt in GoodNotes seid, dann könnt ihr nachher hier unten als neues Dokument importieren. Was man jetzt machen kann, ist, ihr geht auf dieses Dokument und wählt zum Beispiel diese leere Vorlage aus, sagt Exportieren und dann sagt ihr diese Seite exportieren. Dann geht ihr auf PDF und benennt es zum Beispiel mit Vorlage 1. Dann sagt ihr Exportieren und wählt euch einen Ordner aus, zum Beispiel die Dateien. Ich habe jetzt hier den Download-Ordner und sage Vorlage 1, sichern. Dann gehe ich zur nächsten Seite, sage wieder diese Seite exportieren, Exportieren, PDF, Vorlage 2, Exportieren, sage wieder Datei sichern, wieder in den Download-Ordner sichern. Und das mache ich dann mit allen meinen Vorlagen, wähle ich nachher hier so aus. Exportieren, Vorlage 2, Exportieren, dann sichern und sichern. So, jetzt habe ich alle diese Vorlagen separat abgesichert und jetzt gehe ich und richte mir diese Vorlagen ein. Dazu gehe ich auf dieses Zahnrädchen, sage Notizbuchvorlagen und sage hier Plus. Dann kann ich mir eine neue Gruppe anlegen, da kann ich sagen To-Do. To-Do. Und kann dann auf OK gehen. Ich gehe jetzt auf Importieren, sage Ausdateien und wähle mir diese Vorlagen an. Also ich gehe auf Auswählen und sage es so. Ich sage dann Öffnen, gehe zur nächsten Datei, wieder, gehe wieder zu Dateien. Jetzt kommt die Nummer 3, dann kommt die Nummer 4, 5, jetzt habe ich mir diese hier alle Formate, die ich gerne einzeln in der Feinplanung haben möchte, habe ich jetzt die hier eingerichtet. Jetzt gehe ich hier auf Fertig. Und wenn ich jetzt hier in meinem To-Do bin und ich möchte mir gerne jetzt zum Mittwoch, 1. September möchte ich eine neue Vorlage dazwischen machen, dann gehe ich hier auf das Plus und sage mehr Vorlagen. Und so kann ich jetzt hier entweder im Quellformat oder im Hochformat kann ich mir eine aussuchen und kann nachher die Feinplanung machen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auf diese Vorlage gehen, sagen übernehmen und kann hier nachher meine Feinplanung vornehmen. Und so kann ich nachher mir hier weitere Seiten anlegen. Ich kann dann wieder auf Plus gehen, kann sagen entweder die aktuelle Vorlage, die ich jetzt gehabt habe, kann ich übernehmen. Dann macht es mir eine zweite identische Vorlage oder ich kann natürlich dann sagen mehr Vorlagen und kann mir hier zum Beispiel dann auch eine strukturierte Vorlage nehmen für zum Beispiel den Morgen und den Nachmittag, die Planung und so weiter. Für die ganze Übersicht kann ich hier drauf gehen, kann nachher nach unten scrollen und kann hier, wenn ich jetzt eine Vorlage nicht mehr haben möchte, kann ich die anwählen und in den Papierkorb wieder zurücklegen. Und so habe ich nachher die Feinplanung innerhalb meiner Wochenplanung. Das wäre so das Vorgehen gewesen mit dem Einrichten der Vorlagen. Ich hoffe, es ist eine tolle Ergänzung für euch und freue mich, wenn ihr meine To-Do weiterhin gerne benutzt. Viel Spass und viel Vergnügen mit euren To-Dos.